Wenn Katzen ins Haus pinkeln, ist das immer unangenehm. Doch was kann man machen, wenn es einmal passiert ist? Wir haben einige Tipps für euch, wie man Katzenurin und den unschönen Geruch entfernen kann. 1. Schnell handeln Die betroffenen Textilien sollten so schnell wie möglich gewaschen werden, am besten bei 60 Grad in der Waschmaschine. 2. Enzymreiniger verwenden Bleibt der Geruch hartnäckig, hilft Enzymreiniger. Dieser enthält Bakterien, die die Stoffe im Katzenurin zersetzen und so den Geruch vertreiben. 3. Backpulver und Natron Mischt etwas Backpulver oder Natron mit Wasser und gebt die Paste anschließend auf den Fleck. Über Nacht einwirken lassen und danach die Reste einfach absaugen. 4. Alkohol Gebt etwas 40%igen Alkohol auf den Fleck und lasst das Ganze einwirken. Nach kurzer Zeit verflüchtigt sich sowohl der Alkohol- als auch der Katzenurin-Geruch. 4. Alkohol 4. Alkohol 5. Alkohol 3. Alkohol